Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Nummer 11127 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Auf den Rücksitzen des Autos ist es ruhig geworden. Die Kinder schlafen. Auf den Rücksitzen des Autos ist es ruhig geworden. Die Kinder schlafen. Auf den Rücksitzen des Autos ist es ruhig geworden. Die Kinder schlafen. Für diese gute Idee gibt es von mir zwei Daumen hoch. Du hast dir damit eine Gehaltserhöhung verdient. Für diese gute Idee gibt es von mir zwei Daumen hoch. Du hast dir damit eine Gehaltserhöhung verdient. Für diese gute Idee gibt es von mir zwei Daumen hoch. Du hast dir damit eine Gehaltserhöhung verdient. Wenn du willst, kannst du heute bei Marie übernachten. Ich habe nichts dagegen. Technik und Wissenschaft tragen zu unserer Entwicklung bei und erleichtern den Alltag. Ohne Veränderung gibt es keine Fortschritte. Sie ist der Schlüssel zu persönlichem und gesellschaftlichem Wachstum. Der Umsatz deutscher Pharmaunternehmen hat sich in den vergangenen 15 Jahren verdoppelt. Rechtsanwältinnen sind in der Lage, komplexe juristische Sachverhalte zu verstehen und zu analysieren. Rechtsanwältinnen sind in der Lage, komplexe juristische Sachverhalte zu verstehen und zu analysieren. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like.